Warte? Wo ist denn hier? Wo sind denn hier meine... Percussions? Oh, es heißt Vibes Lass uns alle die Vibes klingen Ja, okay So klingeln Ja, okay Feels Du bist so der Bösewicht, du kommst so nachts in deinem Schloss an und willst so sentimental Orgel spielen, weil du deinen teuflischen Plan gerade ausgeheckt hast, aber dann hast du auf einmal deine E-Orgel auf den falschen Sound eingestellt. Oh mein Gott, hatten die auch in der Schule diese Keyboards, wenn du auf den Knopf gedrückt hast, kam dieses DJ. Du bist so der Bösewicht auf den zweiten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Bücherverbrennungen waren der Beginn, eine direkt nach der Machtergreifung der Nazis im März 1933 systematischen Verfolgung jüdischer, marxistischer, pazifistischer. Plötzlich begannen alle Glocken des Städtchens zu deuten. Die Wanderer hielten einen Augenblick ein, lauschten und gingen weiter. Trotter hielt einen der letzten an und fragte, warum die Glocken läuteten. Es ist wegen des Krieges, antwortete der Mann, ohne den Kopf zu heben. Wegen des Krieges, wiederholte Trotter. Selbstverständlich gab es Krieg. Wegen des Krieges, wiederholte Trotter. Wegen des Krieges, wiederholte Trotter. Ich stehe da halt legitim, jetzt seit 10 Minuten und spiele die gleiche Stelle von Wonderwall. Jetzt kann er noch eine halbe Stunde weiter wachen. Das ist das perfekte Business-Modell. Ich muss den Döner holen und nach Hause gehen. Ich respekte ihn einfach viel zu sehr.